Sollen wir in dieser Zeit wirklich Denkmäler errichten? Ich glaube nicht. In dem Augenblick, da wir Personen aus partei-ideologischen Gründen oder auch aus anderen Erwägungen überhöhen und auf einen Sockel stellen, haben wir als demokratische Gesellschaft versagt. Ich glaube ganz ehrlich, dass der Personenkult hier an dieser Stelle zu vernachlässigen wäre und wir eher Räume benötigen, in denen wir uns an Ereignisse der letzten Jahrhunderte erinnern, die uns als Gesellschaft weiterbringen, die uns zu einer empathischen Gesellschaft entwickeln können oder aus denen wir schlicht und ergreifend lernen.